Ich erzähle euch jetzt von Dingen, hallo Katze, die ich nicht mehr mache. Und seitdem ich die nicht mehr mache, geht es mir so gut. Es hat wirklich mein Leben sehr, sehr krass positiv beeinflusst. Wir fangen jetzt in diesem Video einfach mit einem Ding an. Eigentlich total simpel, machen aber ganz viele von uns nicht. Wenn etwas kaputt geht, uns etwas runterfällt, ein Glas zerbricht, was ausläuft, auskippt, was auch immer, fluchen wir ja total darüber. Wir regen uns so darüber auf und auch ziemlich lange. Und bei mir ist es so, und ich kriege immer wieder das Feedback von Freunden oder meinem Umfeld, dass die sagen, hä, wieso bist du denn so entspannt? Das ist doch jetzt tolle Scheiße. Und ich sage, ach, ist doch gar nicht schlimm. Eine Freundin macht ein Glas kaputt, etwas läuft auf den Teppich aus, eine Katze übergibt sich vielleicht irgendwo auf den Teppich oder pinkelt gegen den Vorhang. Was auch immer passiert, irgendein blödes Missgeschick. Egal was, ich reg mich nicht darüber auf. Es ist so, ach, ist doch gar nicht schlimm. Ich habe mir diesen Satz angewöhnt. Mein Freund macht sich manchmal so ein bisschen darüber lustig. Er nimmt mich immer so ein bisschen hauptsächlich, sagt, ach, ist doch gar nicht schlimm. Ach, ist doch gar nicht schlimm. Wenn meine Freundin würde sagen, ach, ist doch gar nicht schlimm. Das ist so ein bisschen wie so Target-Talk-mäßig, als würde man auch mit einem Kind sprechen. Und irgendwo ist es ja auch so ein bisschen das innere Kind, was man anspricht, was dann sich vielleicht denkt, oh nein, ganz schlimm, wenn man das in der Erziehung so gelernt hat. Aber einfach zu sagen, ach, ist doch gar nicht schlimm. Eine Vase ist kaputt gegangen. Tja, habe mich kurz erschrocken, aber hey, ist ja gar nicht schlimm. Und ich sage das wirklich laut. Es beruhigt mich selber so sehr. Und es ist jetzt wirklich, es ist nichts mehr schlimm. Es geht was kaputt. Es ist nicht schlimm. Irgendwas geht schief. Es ist nicht schlimm. Und du kannst es im Endeffekt sowieso nicht ändern. Das ist so einfach eigentlich. Es ist so oder so deine Energie, die du verschwendest, wenn du dich so reinsteigerst und so aufregst. Deswegen ist das immer alles eigentlich gar nicht schlimm. Ja.